Ich habe lange nicht mehr sooo krass gelacht. Ich auch nicht, Princess Knight. Außer vielleicht bei diesem Video jetzt. Zur riesigen Nebenwirkung. Gange jetzt zur Schule oder lass jetzt es. Neu, gange jetzt in Ordnung. Willkommen zu einem neuen Video. Und zwar Roblox. Wer hat es gedacht? Zusammen mit Maxi. Und heute, Maxi, gehen wir in die Schule. Wie war deine Schulzeit? Hacke. Meine auch. Und deswegen dürfen wir uns eine Rolle jetzt auswählen. In die wir gehen wollen. Es gibt einmal Lehrer. Es gibt einmal Hausmeister. Krankenschwester oder Bibliothekar. Ich würde sagen, wir sind erst mal Schüler, oder? Wo suchst du das gerade aus? Ich will auch Schüler sein, ja. Ich bin übrigens so die Cheerleader-Girl. Ich bin ein bisschen übertrieben. Was sagst du zu mir? Oh mein. Wie siehst du denn aus? Ich sehe aus wie eine Lehrerin. Nein, ich sehe aus wie eine aufblasbare Puppe. Auch ja. Taipan-Cafeteria. Ach, guck mal, da essen die alle Rucksäcke. Ich will auch einen. Viel zu groß, ne? Es ist wie so im echten Leben, wo die kleinen Kinder dieses riesen Ding schleppen. Sollen wir uns nur den coolen setzen? Guck mal, die tut sich schon einen Lippenstift auf. Machen schön so eine Zicke. Ja. Hallo! Die laufen weg. Wir müssen zum Kunstunterricht. Maxi, ich glaube, wir sind die, die keiner will. Oha. Ey, ist ja voll der Stress. Wir sind nur am stressen hier. Okay, Kunst. Ey, wir brauchen Platz. Nur hier, diese zwei. Okay, warte, ich komme. Oh, sorry, du musst halt an den Tisch da uncoolen. Oh, ich musste da uncoolen. Die malen sich die ganze Zeit Lippenstift aufs Maul. Vor allem, wir haben gar keinen Lehrer hier. Wir machen, was wir wollen. Ja, stimmt. Kann ich hier draufklicken? Warte mal, hier können wir doch draufklicken, oder? Ich mache das. Oh. Ich melde mich kurz an. Soll ich... Kann ich auf die Papi? Äh, warte mal, ich kann wirklich überschreiben. Echt? Ich habe hier drin. Warte mal, ich type ein bisschen. Ist das süß, Maxi. Zack, zack. Hacker. Das ist richtig cute. Maxi, komm, wir gehen live. Okay. Ich glaube, das war es. Mehr können wir nicht machen. Okay, komm, let's go. Das ist ja alles so groß. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Was ist denn eigentlich Jubelpraxis? Da lernt man das Jubeln, glaube ich. Oh, ja. Das jodelt. Ja, komm, ich weiß den Weg. Oh, da hinten. Oh, das ist die Jubelpraxis. Wir haben das Beste verpasst, Mann. Wir sind Cheerleader. Nee, wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit. Drei Sekunden. Oh, Mann. Wir haben das Beste verpasst. Oh, Mann. Maxi. Oh, Mann. Der Bus verlässt die Schule in 30 Sekunden. Wir müssen uns beeilen. Wir müssen da hin. Oh, oh. Voll der Druck, Mann. Wir sind nur am Rennen. Das ist voll die Leistungsgesellschaft. Okay, schnell rein hier. Oh, Gott, Hilfe. Oh, Gott, ja. Ich hab einen Platz. Ich nicht, Maxi. Ich will hinten sitzen. Hinten sitzt die Kuhl. Oh, Mann. Das ist hinter mir. Maxi, ich hab heute so viel gelernt. Guck, er sitzt nicht ganz neben dir. Süß. Was hast du denn gelernt? Erzähl mal. Wie man zum Außenseiter wird innerhalb von drei Minuten. Oh, die anderen bleiben zurück. Loser. Der rennt hinterher. Die rennt hinterher. Die Versager. Oh, wow. Das Stück hätte ich aber auch gehen können. Weißt du, das ist geil. Roblox ist einfach so unfassbar schlecht gemacht. Okay, Schlafseele. Ach, wir sind in einem Internat. Ihhh. Ihhh. Hey, volles Luxus-Apartment. Ey, voll kras. Was geht denn ab? Ich will auch dahin. So, und jetzt sollen wir schlafen, oder was? Warum halten wir unseren Bauch so komisch? Ich weiß auch nichts. Wie aus hätte ich mal eine Schmerz in der Hand? Äh, Nani. Kann man nicht sagen, was dazu. Was willst du zu essen haben? Das ist dein richtiges Roleplay. Ich mach dir was zu essen. Was willst du haben? Ey, du musst da aufwärmst. Äh, ich hätte gern einmal... Boah, ich glaube, eine Tiefkühlpizza wird mir reichen. Komm, wir gehen mal zu den anderen. Wir können halt nicht reingehen. Ne, aber was machen wir jetzt die ganze Zeit? Ey, der Peter. Ich bin Etage 5. Ich komm mit. Oh, Paula, Mann. Wir sind voll die Außenseiter. Die wollen mit uns alle gar nichts zu tun haben. Paula, komm mal rum. Guck, da ist Paula. Oh, die sieht aus wie hoch. Die hat eine Glatzer, die hat aufgemacht. Oh, hallo, Paula. Hallo, Paula. Suchst du Freunde? Was hat das eigentlich mit Schule zu tun hier? Wir sitzen die ganze Zeit nur rum. Ne, sie will nicht. Boah, die hat keinen Bock. Die ist voll gemein. Geht mal. Komm, wir legen uns ins Bett. Wir sind voll die Bullis geworden. Wir müssen uns anfassen. Oh, die haben es rausgekickt. Oh, scheiße. Oh, Mann. Okay, ab in den Van. Das ist schnell. Du das. Wurde mir überfahren. Ich geh rein. Ich komm nicht rein. Ich komm nicht rein. So, ich muss. So. Heute ist Prom. Abschlussball. Wir müssen in die Wissenschaft. Komm, wir rennen den Streber hinterher. Okay, ich bin Streber. Ach, die schlafen ja. Hey, wie kannst du denn schlafen? F. Oh, mein Gott. Hilfe, ich hab wieder diese Zuckungen. Langweilig. Oh, mein Gott. Oh, mein. Warpland is another world planet. Warum liegen die denn auf dem Boden? Was? I wish this comes after summer. In the winter spring. Ja, ich hab ein Huckner. Ich bin, ich hab's geschafft. Echt? Du hast den Unterricht mitgemacht? Ja. Ich hab dich nicht. Du bist halt eine schlechte Schülerin. Aber wirklich. Ich frag sie mal, ob ich, dass ich pupen muss. Jetzt Mathe genug. Jetzt Mathe. Jetzt geht's ab. So, wohin muss ich jetzt? 35. Warte. Ich bin noch. Du machst dir voll die Noten. Ich glaub, ich bleib's sitzen, Mann. Ey, die machen den Zutu. Oh, nein. Du bleibst sowas von sitzen. Wenn ich das dritte Wort in Pam darf. Was? Ich kenne Pampers, aber das war's. Keine Ahnung. Die wissen es alle nicht. Hä? Klassenclown. Schalte jede Menge Lachen frei. Enthält Whoopi-Kissen, Bananenschale und ein erbrechend verursachender Burger. Jetzt hab ich's doch Klasskau gekauft. Das kann ich damit jetzt machen. Oh, mein Gott. Die ist nackt. Oh, mein Gott. Das ist ein richtiger Fiebertraum. Können wir nicht mal ein Foto machen oder sowas? Oder irgendwie? Haben wir nicht eine Kamera hier? Was tanzst du denn da? Ich hab doch als Klassenclown activated. Ich guck gerade nicht. Oh, mein Gott. Oh, Gott. Okay, komm, wir gehen in die Cafeteria. Ich muss immer das Essen kotzen. Was willst du machen? Was willst du machen? Ein Fetzelstopp bei den Lehrern. Wo hast du gerade? Wo hast du denen ins Gesicht los? Die sagen auch gar nichts dazu. Aber hat dir jemand was zu essen? Warte. Und let's go. Extra Soße. So, das kostet aber extra. Danke für die Kotze. Und wir müssen weiter. Dann weiter. Abschließend meine Vorbereitung. Irgendwie püppeln wir nur rum. Wir lernen überhaupt nichts. Oha, guck die mal an. Die haben sich also vor das Ausdruck geholt. Boah, du hast ein schönes Kleid. War das teuer? Einfach draufkotzen. Hey, ich will mich auch vorbereiten. Wie machst du das? Ah, hier. Ich kann mir anziehen, was ich will. Okay, warte. Ich mach mal die hotteste Chick. So, was gibt's denn hier so geiles? Mexi, ich seh dich schon. Oh, geil. Oh ja, das ist gut. Okay, also ich bin ready. Der ab und zu hat begonnen. Irgendwann tanzen die ja alle voll schön. Können wir auch was saufen? Geil. So, mein erstes Mal Alkohol. Let's go. Oh, du wirst so kotzenhaft. Ja. Die Bowl hat noch ein bisschen zu wenig Alk. So, ich sorg ein bisschen für mehr Alk. So, wunderbar. Ja, danke. Boah, davon habe ich mich direkt eingenommen. Danke. Oh, geil. So, jetzt aber noch mal ganz final hier. Oh yeah. Mhm. Yeah. Let's go. Look at this. Look at this. Ich taser den bei anderen. Meinst du, der Taser-Tanz? Der Taser-Tanz. Ich hatte zwar kein Kleid, ich tanze aber gerne mit dir. Pinky, tanze mit mir. Ich habe jemanden gefunden. Ey, Mexi, mach einfach irgendwo in der Ecke heimlich rum. Frau Lehrerin. Wie ist das hier eigentlich keine Lehrerin? Wo bist du? Ja, ich tanze gerade mit Amy. Ach so, hier. Oh, Mexi, süß. Und die gucken dich alle voll geschockt an. Was machst du? Das ist mein Tanz. Oh mein Gott, die macht mit. Wie süß. Ja, ja, ja. Ich sehe schon, Mexi ist glücklich. Mexi hat eigentlich jemand gefunden. Ja, ja, ja. Komm, lass, komm, lass. Wie findest du die Tanzart bei uns? Ist gut, ne? Fände ich richtig geil. Wie macht ihr das? Ich will auch. Ja, bei Tanz ist das Gitarre. Oh Gott, das ist so gestört. So, erst mal den Kopf gegen die Platte hauen, bis er kaputt ist. Ey, warum sind... Wir hätten abstimmen können, wer Ballkönigin wird. Wo denn? Also, das sehe ich überhaupt nicht ein. Sorry. Da sage ich doch mal das hier dazu. Ich stelle mich einfach so zu den beiden hin, dass keiner die sehen kann. Ja, komm, wir stellen uns hin. Ich sitze jetzt hier. So, warte so. Danke, danke, Leute. Danke. Ey, das ist... Wundervoll. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Danke, ihr seid die Besten. Ihr seid die Besten. Du guckst nicht bei mir hin. Oh mein Gott. Maxi, tust du auch alles, um auf den Drohnen zu kommen, oder? Ja, ich... Oh mein Gott, Maxi. Ich muss mich hocharbeiten. Maxi. Ach komm, ist doch egal. Ich mache mit. Moment, so. Oh nein, da wird's in Community dazu angestiftet. Oh mein Gott. Maxi, Schluss jetzt. Geh mal weg. Hallo. Was ist denn, was sind die eigentlich hier bei uns? So wie mit unseren Waffen. Mit Taler in der Hand und du mit Handschellen. Das ist ein perfektes Bild. Das ist doch der perfekte Abschluss, Leute. Maxi und ich haben den Abschluss gemacht. Ich glaube, ich bin nicht durchgekommen. Ich habe einfach im Unterricht nicht teilgenommen. Alles, was hier gesagt worden ist, ist natürlich Spaß. Seid lieb zueinander. Mobbing ist absolut kacke. Ich verstehe bis heute nicht, warum das Leute machen. Achtet aufeinander. Auch wenn ihr merkt, dass jemand gemobbt wird, meldet es den Lehrer. Macht den Leuten das Leben nicht schwerer, als es teilweise eh schon ist. Und mit diesen Sätzen verabschiede ich mich und gebe Maxi das letzte Wort. Gute Nacht. Lass einen Daumen nach oben da und ein Abo. Und in der Beschreibung findet ihr Maxi. Toll, Maxi. Wie lange machst du schon YouTube und weiß nicht, dass du das sagen musst? Keine Ahnung. Sorry, ich kann das nicht. YouTube ist so schwer. Sie macht weder. Oh Gott. Geil. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017